Hallo und Herzlich Willkommen zu einer Runde Headstone So, dann werden wir mal schauen Kommt rein und sagt Hallo! Hallo! So, wir haben noch die Spiele mit dem Guru offen Zwei Stück Chaos-Spiel sind immer noch Äh, Chaos-Karten Ach komm, die Spiele mit dem Guru jetzt Chaos-Tage hatte man gestern äh Und jetzt spielen wir noch zweimal mit dem Guru Hoffen wir, dass wir schlägen mit Vielleicht gehört dann noch eine Runde Chaos-Karten zu spielen Ja Und dann ist die Woche auch schon vorbei Go, go, go Und wieder ein würdiger Gegner Malfurion gegen Jaina Okay Den packen wir weg, weil der Neuner am Anfang bringt mir noch nichts Ach Mist, das kann auch nicht wahr sein Ich brauche eine Katze zum Ausspielen, ich habe ja nur Zauber hier Na Ich danke dir auch Ach, ich habe zu grüßen Ach, ich habe zu grüßen grüße Ach, schwarz Ach, Mensch Mensch Hab ich den nicht gerade genommen Ich taue rottel Den hatte ich am Anfang gehabt Ich habe den nicht geholfen Den hatte ich nicht Ich habe den nicht nur woher Ich habe einen noch Ich habe den nicht nicht Den hatte ich noch Ich habe den Tag Sie auch in den Tag Mit der Oh, okay Ich habe den Tag Und ich packen mir nichts rum, wenn er mich nicht angreifen würde, könnte ich den kaputt machen, aber er greift mich an und dann brille ich noch einen Charakter ein und dann kann ich wieder nichts machen. Was macht da noch was? Was macht da noch was? Ja, vernichtet alle Gegner. Ich denke mal die Runde habe ich verloren, weil ich ziehe meine... Mein Schild für Argus! Jetzt habe ich hier was. Super. Danke! Jetzt soll ich noch einmal überleben. Der ist gleich kaputt. Der ist gleich kaputt. Der ist gleich kaputt. Der ist gleich kaputt. Ich habe jetzt noch einmal mehr. Ach. Also das Spiel ist eigentlich ein richtiges Glücksspiel. ein bisschen denken muss man auch mehr glück der jahre hat es so gewaltt ich muss die weg den weg und mit dem zauberen da hat er schon gut an jetzt habe ich doch gerade weggetan das kann doch nicht wahr sein Männlich. Ich hätte auch die im Kloppen krank müssen. Ach, die machen wir uns erstmal auch. Weil wir mal greifen die Karte. Es ist aber schon mal eine Karte auf dem Spielfeld. Jetzt verwandelt er den Schaf und... ...das ist alles. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich setze es auf eure Rechen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das war's. Was ist das? Oh, schön. Was ist das? 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 Vielleicht hat er ja die? Krass! Die habe ich mir auch. Oder er hat diese Karte nicht angreifen, wird die Karte vernichtet. Zerfüttere euch ein Meister! Betet um Gnade! Wenn ich ihn angreife, wird meine Karte zerstört. Die Erde hat jemand die Karte geworfen. Ich bringe Leben in die Erde. Also darf ich mit meinen Karten nicht angreifen. Nun stehe ich an kaputt. Mit meinen Karten bin ich nicht angreifen. Ich habe ein riesiges Gewehr! Ich werde um euch drehen! Ich bin ein Schuttschiff! Ich hätte da noch mal Spott draufsetzen, auf der nehmt. Die Geisel wird euch verzehren! Mehr! Mehr Sehne! Ich werde um euch trauen. Ich träume und die Welt entsittert. So wie wir das jetzt einfach sehen. Einfach an. Dann zerstören wir alle auf dem Spielfeld. Da gibt es noch eine Konuskarte dazu. Wir setzen da einmal zum Spott rein. Wir setzen das noch mal. Ich greife noch mal an. Es war auch gut gespielt. Wenn er nicht alles kaputt macht, hab ich gewonnen. Das macht sich selber. Kann man halt auch machen. Das war eine Anstrengung. Aber ich habe immer noch nie. Yeah! So. Es bräuchte eigentlich nur ein Spiel zu machen. Mit dem Du und dem Gewinn. Das dauert zu lang. Die Aufnahme. Ach komm, machen wir noch mal ein Spiel. Eine extra lange Spiel heute. Entweder gewinnen oder verlieren. Ja! Das war ja nicht mehr. Ja, das ist gar nicht mehr. Jetzt gibt es noch mal ein Spiel. Okay, das war ja so. Okay, nein, ich war ja so. Ja, das war ja nie. Oh ja, das war ja so. Ich habe ja dann ich noch. Ich habe ja auch, ich mit dem Spielfeld. Ach, schon wieder die hohen Karten. Die ist gut, aber auch schon ein bisschen zu viel. Wenn sie noch nicht gebrauchen. Ach, komm. Für den Karten. Hm. Das ist gut. Kaputt Ich habe bald viel zu viel Garten auf der Hand. Oh, die Teile sind nicht gut. Ach, mein Mann. Was kann man denn hier noch kaputt machen? Da wo die Teile raus? Nein. Beugt dich meinem Wille! Ähm, jetzt kann ich ihn beschreiben. Ja, jetzt kann ich ihn beschreiben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, nee. Ah, das mache ich nicht. Oh, nee. Ah, das mache ich nicht. Für die Wildnis. Oh, nee. Ah, das mache ich nicht. Oh, nee. Ah, das ist schon nett gewesen. So. Jetzt kommen wir immer näher am Ende. Vielleicht werde ich den benutzen. Das Ding. Ja, ha, ha. Wie lange werde ich den gleich benutzen? Nee, noch nicht. Ich habe noch so viel Leben. Das zieht mich das Leben ab. Ich bin hart im Leben. Oder zieh das Ding bei Ihnen ab. Hält für ein Frust. Ach. Lakaien. Diener. Soldat. Kreisigen Filsternis. Halt den Ruf von Kenthusat. Was ihr wolle. Halt den Ruf von Kenthusat. Oh. Ich bringe Leben und Freude. Für Meister! Dann greifen wir. Bitte um Gnarrn! Wer ist wieder dran? Gut gespielt. Meine legendäre Armee. Vernichtet einfach. Für Nasiata! Das klingt doch. Die wird jetzt wiederbelebend. Oh, jetzt kommt die nächste. Und gewonnen! Gut gespielt! Gut gespielt! Man verliert das ja auch nicht schön. Außer wenn es so ganz knappe Niederlagen ist. Wo man wirklich keine Chance hat. Na gut! Äh, nicht wo man wirklich keine Chance hat. Das ist nicht so schön. Knappe Niederlagen sind okay. Aber nicht so wieder vor. Gut, das war die Runde. Das war die Woche mit, äh, 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 Headstone. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal nicht so überlebt seid. Ich wünsche euch viel Spaß und auf Wiedersehen! Tschüss, tschüss!